Ich wurde am 5. Juni im Jahre 32 im Rotunda Krankenhaus geboren. Es waren insgesamt 22 Kinder da, von denen 13 überlebt. Sie haben vor ein paar Stunden einen Sohn bekommen. Es hat ein paar Komplikationen gegeben. Großer, allmächtiger Gott. Sehr oft gebe ich die Hoffnung auf, jemals wirklich mit Ihnen zu kommunizieren. Schiller, was ist mit Christi los? Die jeder Schriftsteller oder Künstler in seiner schöpferischen Phase erfährt. Er würde sonst kaum etwas Richtiges schaffen. Es ist, als ob plötzlich eine schwarze, dunkle Wolke auf mich niederfegt. Ich lehne mich in meinem Stuhl zurück, während mein linker Fuß im Takt klopft zu einem neuen Rhythmus. Nun kann ich ausruhen und das Leben vollkommen genießen. Ich habe Frieden gefunden. Ich bin glücklich. Vielen Dank. Vielen Dank.